Jetzt läuft das und Display ausmachen ist hier damit das, ja. Aber wir sollten das erstmal hier antapen. Lass mal hier antreten. 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 Die Perspektive muss auf jeden Fall nur anders sein, sondern nicht auf meinem Himmel. Ja, das ist auch fast. Ich habe hier Kisting in die Einfachkisten draufgesetzt und dann einfach einmal rumgeseckelt. Ja, ihr habt das ein bisschen Go-Motor schon gemacht. Ja, du mir auch mal einspringen, aber hier. Wo ist denn jetzt der Anfall? Nö, ich habe den Anfall jetzt. Das ist ja das geht. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo! Wir haben die DeepLive . Schatz, ja, gut da unten. Hahaha! Hehehehe Hehehehe Ich habe das also so gemacht Ist das links jetzt dann? Den hier drauf gesetzt? Ja Ist das nicht zu töten? Ja, wir stehen in die Zahl Hehehehe 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 dass wir ein Fenster im Schrieg haben... ... vielleicht hab ich das einmal zu weit nach... nicht rollen von den Fenster... Jaa... Erstmal rüber, zurück. Hey! Ich hab ja nur noch einer Hey! Ich hab keine Scheisse Heute morgen ohne Kippen Ohne Kippen Ohne Kippen Kippen im Auto Von dem Auto Heik, ne, ne, ne Ja Du bist da Ja Ja Ihr wisst das jem voll in dem von dem Lekt von dem anderen Zultana Zeit Und Was ist denn hier mit deinem Sand hier? Wie geht das? So, besser wäre das nicht. Wie bitte das? Haben wir untersagt? Wir finden jetzt so an. Ja. Ja. Wie wollen wir noch so rühren? Weißt du, so ne Neo-Teile, wo man die reinsteckt? Was für? Filipender. Ja. Blumenkästen. Ist es zum Trocknen oder was? Ja. Ne, was ist denn so gleich los? Ich dachte, ihr wollt wegstehen. Ja. Der sieht sportlich aus, das Ding. Ja. Zumindest eine Sache, die sportlich ausliegt. Der eins. Ach du. Wer trimmt den? Ich mach mal jetzt los. Ist echt blöd, wenn die da irgendwas in den Rick hatten, was uns für solche Reine reißt. Ja, ja. Da braucht man nur ein Draht sein. Ja, ja. Der geht nicht kaputt, keine Panik. Ja, ja, ja. Ich geh jetzt noch am Sonntag. Ja, ja, das ist wirklich noch nicht. Haha. Soll ich mal, äh, soll ich mal... Oder sollst du das laufen lassen jetzt? Ja, mach ruhig aus. Einfach... Oh, ehrlich. Hörst du dich zu euren ersten Start? Entschuldigung.